Gremlins gibt es nur in deinem Kopf. Solche Kreaturen verursachen keine Unfälle, sondern unvorsichtige Piloten. Was zur Hölle machen sie hier? Wie heißt du, Schätzchen? Flight Officer Garrett. Ich bin Bordmechanikerin und Pilote. Es gibt keine Frauen im Air Corps. Meine Mission ist vertraulich, direkt vor Major Ryga. Das ist alles, was Sie wissen müssen. Wir jetzt zur Hölle sind sie, Miss Garrett. Da ist etwas auf dem Flugzeug. Wir sind in Gefahr. Gremlins gibt es nur in deinem Kopf. Wir schulden es, unseren Jungs konzentriert zu bleiben. Sorge für Sicherheit im Himmel. Wir kommen zurück zur Party, Baby. Das ist alles, was Sie sehen, wie 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 Sie sehen